So, Freunde der Sonne, willkommen zu einer kleinen Runde Counter-Strike Global Offensive. Wir spielen einen Mode, der sich, glaube ich, Zerstörung schimpft und man bekommt immer am Anfang der Runde seine Waffen und muss einfach ein bisschen betteln. Und ich bin ein kleiner Kacknoob in dem Game, deswegen wird das eine relativ einfache Runde bzw. einfache Kills für die Gegner. Weil, wie gesagt, ich habe wirklich keine Ahnung von nichts. Hey, ich habe meinen ersten Kill. Boah, ich bin schon besser als letzte Runde, Heidewitzka. Hey, ich habe schon meinen zweiten Kill. Meine Fresse, ich bin heute so gut. Was ist da los? Das kenne ich gar nicht von mir. So, da ist einer. Hey, ich habe meinen dritten Kill. Meine Fresse. Das kenne ich wirklich nicht von mir. Das ist der Vorführeffekt, bestimmt. Na, den hätte ich kriegen müssen. Daran seht ihr, wie gut ich wirklich bin. Naja, passiert. So, jetzt kriegen wir die nächste Waffe und haben, glaube ich, eine Extra-Bombe bekommen, ne? Also Granate. Und, ähm, das wird jetzt bestimmt lustig, weil, wie gesagt, ich bin einfach unglaublich schlecht in dem Game. Eigentlich. Wie ihr seht, ne? Keine Chance. Und, ähm, ja, äh, bitten aber trotzdem eigentlich mit 3 zu 2 gar nicht so unbedingt scheiße, obwohl eigentlich schon... Naja, ähm, Counter-Geo werde ich jetzt ein paar Mal spielen. Also nicht häufig, weil, wie gesagt, ich bin einfach unglaublich schlecht in dem Game. Und, ähm, meistens auch nur die Gerunden, wo ich dann mal wirklich, äh, ansatzweise, äh, gut bin. Also wirklich nur ansatzweise werden dann kommen. Und die hier halt, weil das ist mal eine Einführungsrunde und so. Ähm, und... Was sind sie denn? Irgendwo Party. Wer lebt denn noch von den Terrors? Kann ich da hin? Da, da lebt der Typ von den Terrors. Aber dann sieht man ja nix. Warte mal. Eine Kamera drehen? Äh? Geht nicht. Schlechte Kameraführung und so. Ah, so wollte ich die Kamera. So, Freunde, der Typ muss die Bombe planten. Sonst haben wir nämlich gewonnen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Was weiß ich denn? Wow. Da war er tot. Und zwar ganz schnell. So. Dann versuche ich nochmal mein Glück, das ich nicht haben werde. Oh, von links. Oh, das ist nicht gut. Links ist doof. Alter, ich kann's echt nicht mehr. Es ist ja schon traurig, so schlecht wie ich bin. Das ist echt schlimm. Naja, auf die wenigsten haben wir gewonnen, aber ich bin mal wieder einzigster Kill, weil ich kann's halt einfach nicht. Ne? Oh, was jetzt? Hm? Ich hab was verpasst. Ach, Teamwechsel. Steht 6 zu 4. Teamwechsel. Hm. Zehn Runden. Mal gucken. Mit der AK kann ich nicht schießen. Also jetzt wird das richtig Party, weil mit der kann ich einfach nicht arbeiten. Und zwar macht die unglaublich viel Schaden, aber damit kann ich einfach nicht arbeiten. Hm. Da sind wahrscheinlich alle drin, ne? Hey, wir haben gewonnen. Ich hab nicht einen Gegner gesehen. Hm. Auch gut. Wenigstens einen Schuss abgeben, damit es so aussieht, als wenn ich was getan hätte. Okay. Auf, wie wieder da hoch und dann gucken wir mal. Hm. 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 Wo sind's denn denn diesmal? Ich bin so gut heute. Unglaublich. Ist nicht mehr feierlich langsam, glaube ich. Der hat eigentlich auch nur daneben geschossen, aber okay. Aber ich bin halt scheiße, von daher lasse ich die ganze Geschichte. Eigentlich. Oh. Er ist tot. Nein. Er ist gestorben. So. Mal gucken, wie weit ich komme. Mein Bestes ist, glaube ich, bis zur AWP. Also ganz durch bin ich noch nie gekommen. Aber da müsste man auch jeder Runde nicht mindestens einen Kill machen. Und das schaffe ich einfach nicht, weil ich einfach ein Noob bin. Wow. 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 Das sind ja auch nicht Freunde der Sonder. Das finde ich eigentlich jetzt nicht schön. Lieb und nett und zuckere ich frei. Und dann kommt er von hinten. Ja gut. Ne? Passiert dann halt mal. Ja, der kommt. Killt den auch noch. So. Und unser letzter ist hier Ratio. Mal gucken, kann der noch? Ja, das ist Team Bester. Der könnte das wohl hinkriegen. Aber der wird auch von hinten gestern. Oh ja, der ist, als wenn er gewusst hätte, wo der ist. Interessant. Mhm. Wow. Okay, da ist er tot. Naja, passiert. Aber ich kann mit der AK immer noch nicht schießen. Naja, erkunden wir mal ein bisschen die Karte, würde ich sagen. Gehen alle da her? Interessant. Ich sage ja, ich kann das nicht. Ja? Also nicht beschwert. Ich kann es wirklich nicht. Es ist nicht nur so gesagt. Ich kann einfach keine EO schießen. Ich bin da unglaublich schlecht drin. Ja? Hatte die erste gute Runde und dann war es auch. Naja, werde ich in der, äh, in Zukunft näher in Zukunft wo ein paar Mal öfter Offline spielen. Dann kommt das vielleicht da mal irgendwann was werden. Den hätte er auch killen müssen. Den hätte er auch killen müssen eigentlich. Naja. Mal schauen. Ich glaube, ich gehe jetzt mal ganz stumpf einfach rein. Und gucke mal. Oh, man kann nicht ganz doch rein, mal hier. Ich bin ein wenig verzweifelt, aber ich kann es auch einfach nicht. Ich weiß nicht. Aber es liegt auch einfach nur an der doofen, tollen Scheißwaffe. So, das ist einer von uns. Ich habe gerade gedacht. Naja, einer hat überlebt, aber ja. Was soll man tun? Was soll man tun? Ich bin halt einfach kacke. Kann man nichts machen. Hey, ich habe einen Kill mal wieder. Aber auch nur, weil er rumstand. So. Aber die muss man auch tönen. Egal, ich habe aber einen Kill. Jetzt habe ich nicht mehr die AK. Jetzt kann ich jetzt nicht mehr auf die AK abwälzen. Ja. Das ist schon mal ganz gut. Ja. Boah, Sprotflinte. Sprotflinte ist nett. Aber gegen die Schotze hat er keine Chance auf die Distanz. Ne? Und der ist auch einfach unglaublich gut, der Typ. Naja, jetzt habe ich ja die P90. Vielleicht kann ich damit ja endlich mal was reißen. Ich glaube es zwar echt nicht, aber... Kann ja sein. Kann ja sein. Kann ja sein. Den habe ich... Ah, doch. Den habe ich leicht gesehen. Aber auch zu spät. Naja, kennt man ja bald nicht anders von mir. Muss passiert, passiert. Hat er gerade so nicht den Blick gehabt. Das ist blöd. Das ist wirklich blöd. Weil die campen auch alle notwendig. Zwar ist er okay. Der gerade bei mir nicht. Aber... Naja. Naja. Mal schauen. Mhm. Der geht jetzt rein. Hat er gut gehabt gewartet. Hat er richtig gut gemacht. Naja. Naja. So. Oh ja, ich habe die Bombe. Dann werdet ihr die gleich schon verlieren. Schöne Schichte. Schöne Schichte. Komm, komm, komm. Let's go. Shotgun. 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 Shotgun ist immer schön. tänne. Hm. Oh, der war schön. Der war schön. Na, vielleicht gewinnen wir ja noch, auch wenn es nicht meine Leistung ist, dann. Weil ich einfach unglaublich schlecht bin. Passiert. Passiert alles. Man muss es ja irgendwann mal sehen. Interessant. Durchaus. Aber ich kriege wieder eine neue Waffe. Ich habe immerhin einen Kill gemacht. Ja, gegen eine Pistole. Aber auch nur. Aber trotzdem. Ich habe einen Kill gemacht. Das ist schon mal gut. So, der Airkill zieht gerade auf. Er hat schon drei Kills gemacht, glaube ich, diese Runde. Wir spielen jetzt zwei gegen drei. Der steht da jetzt direkt rechts. Direkt um die Ecke. Ach, der hat die Bombe nicht. Was ist doof. Jetzt kriege ich die Bison. Oder haben wir jetzt verloren? Nein, wir haben jetzt verloren. Okay. Wir haben verloren. Das ist ja doof. Na gut, dann bedanke ich mich einmal fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik. Musik.